Brauchen wir wirklich noch so ein Alba? Das kann ich nicht erkennen. Können wir das wirklich brauchen? Können wir verkaufen, ne, Talana? Du setzt mir den albernen Helm auf, der auch wirklich alberner sieht. Und Schild. Trag mal den Schild, solange bis... Hör mal, ich weiß das nicht. Trag einfach den Schild, weil ich weiß, der ist auf jeden Fall besser. Allein schon, weil er größer ist. Also er könnte noch was Magisches haben, aber ich denke nicht. So. Also hier ist sicher. Dann hatten wir hier diesen gemauerten Gang, der wichtig aussieht. Und da drüber im Nordwesten auf der Minimap, was so sieht, in Tempel aussieht. Und hier noch mehrere Höhlen. Das heißt, ich mache erstmal die Höhlen leer. Licht bitte, danke. Und die Höhlen sind schon leer und wir waren auch schon mal hier. Okay. Dann noch der eigentliche Tempel, weswegen wir ja auch hier sind. Uns wurde ja gesagt, dass der Tempel verschüttet wurde. Und dass wir oben mal bei diesem einen Einbruch reingucken sollen. Oh, viel Viechzeug. Feuer spuckende Ratten. Das gibt es auch nicht in jedem Spiel. Pio, Fledermaus. Lauf, 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 lauf. Und ich sollte mal Runden-basierenden Modus anmachen und wir müssen besser treffen. Zing, zing, zing. Zing, zing, zing. Sehr schön. Nichts, nichts, nichts. Nichts. Ah, ist das schön, vier Bögen zu haben. Sehr praktisch. Oh. Weg, 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 weg. Also dafür, dass Geh-Rüber in unser Haupt-Tank ist, ist er ganz schön oft unten. Und jetzt nicht nur wir in der Krankheit. Und da ist es, was wir die ganze Zeit gehört haben. Also als wir reinkamen in diesen Bereich, haben wir schon gehört, dass hier irgendwo immer Feuerbälle fliegen. Was gehört hier zu? Einmal noch warten. Und durchhorschen. Lauf, 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 lauf. Schalter. Oh, Ritter. Seid ihr gute Ritter oder seid ihr so welche wie die anderen? Die man nur schief angucken muss, sind die denn böse. Nee, die scheinen nett zu sein. Seht euch lieber vor. Ja. Oh, ich glaube, wir sind nicht gut auf uns zu sprechen, weil wir ihre Freundin umgebracht haben. Plündern wir mal alle Regale. Das machen die ja auch gerade hier anscheinend. So, Schriftrollen, ganz viele Schriftrollen. Oh, ich habe gerade wieder aus Versehen. Ähm, lalala. Mist, die 2 ist woanders. Da. Also ich drücke jetzt immer Leertaste, um das Bücherregal zu aktivieren. Und dann halt 2, um die Schriftrollen als Alana weiterzugeben. Damit sie jetzt so einfach identifizieren kann. Und sie da rüber huscht. Magisches Auge, das ist wirklich wichtig. Die sortieren wir mal rüber. Fackellicht, 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 Fackellicht. Schadet auch nicht. Das kann ich nicht erkennen. Das ist ganz schön häufig, Magisches Auge. Ah, vielleicht weil es die Newbie-Insel ist, wollen sie damit sicherstellen, dass die Standardgruppe, die man später hat, oder die Startgruppe, die man später hat, mit dem Wichtigsten ausgerüstet sind. Und die beiden Zauber sind halt sehr praktisch. So, was haben wir hier? Ratten. Tote Ratten. Oh, und da. Zing, Stück einer Fliese. Mitnehmen. Oh, das war das Bücherregal. Bücherregal. Was war das für Zaubersprüche? Hier, Fackellicht und Erwachen. Ihr kennt Erwachen bereits. Achso, stimmt, sie ist ja Wassermagierin. Also das kann weg. Das kann weg. Hör mal, ich weiß das nicht. Das kann verkauft werden und die Sache muss ich erst noch identifizieren. Jo, sehr schön. Gucken wir nochmal auf die andere Seite. Einmal Feuerwald vorbeilassen. Rumhuschen. Rumhuschen. Du. Fackellicht, richtig? Jo. Boah. Das ist gleich wesentlich heller. Wahrscheinlich, weil die Zaubersprüche auch ein bisschen höher sind als Talanas Spruch. Guck mal hier. Den kann man gar nicht auswählen. Doch hier, Fackellicht. Vier Stunden, 54 Minuten. Das hört sich doch dezent länger an. Klick. Noch mehr von euch. Was macht ihr hier? Wenn ihr hier wohnt, warum leben denn noch so viele Ratten hier? Komisch. Oh, ein Schränk. Das ist nicht gut. Warte mal, du heil ihn. Du heil ihn. Weil ich sehe schon gleich einen von denen sterben, wenn da irgendwo eine Falle bei ist. So. Also. Klick. Wir haben überlebt. Das ist schon mal gut. Brauchen wir wirklich noch so ein Albinist? Hör mal. Ich weiß, da können wir das wirklich brauchen. Feuer Resistenz. Du ziehst erst mal das an. Das kann ich nicht erkennen. Und ich weiß zwar nicht, was die Sachen machen. Aber ich weiß, dass sie Rüstungsschutz bringen. Also könnt ihr die auch schon mal anziehen. So, so, so. Du hast schon was. So, so. Okay. Leer. Wie jetzt? Ah, okay. Schön viel Gold. Schön viel Gold und einen Hut, den wir schon haben. Jupp, können wir. Oh, gelb mit Kraft 5 und ein besserer Hammer. Ne Gold. Äh, falsch schließen. Und nirgendwo eine Falle. Sehr schön. Hör mal, brauchen wir wirklich noch... Hör mal, ich weiß das nicht. So, zing, zing, zing. Das kann verkauft werden. Das kann angezogen werden. Sehr schön. Du ziehst mal den nicht so ganz lächerlichen Helm. Du ziehst den Helm an. Du kriegst das und du kriegst das. Die müssten nämlich bessere Streitkolben sein als die hier. So, so. Das kann verkauft werden. Teil eines Tagebuchs. Ach so, das war von den Abenteurern, dass die Bosen und Visite wir abgeben müssen. Hör mal, ich weiß das nicht. Das kannst du anziehen. Du hast schon einen. Damit haben wir jetzt alle in der Rüstung. Sehr schön. Jo. Raus hier. Ohne einer von euch noch was zu sagen. Seht euch lieber vor. Seid gegrüßt. Oh. Hallo meine Freunde. Kann ich kurz mit euch sprechen? Okay. Dieser Tempel ist ein übler Ort. Ihr solltet besser aufpassen. Man kann nie wissen, wer oder was einen gerade auflauert. Sell-Säbelzahn. Also scheinen auch Abenteurer zu sein, die die Burg haben wollen. Auch wenn er ein wenig zwiegelichtig aussieht. Äh, euren Hut bitte. Einen schönen Hut habt ihr da. Wie wär's mit einem Geschäft? Ihr gebt mir den Hut und dafür dürft ihr euer Leben behalten. Äh, nein. Ach, die sind... Oh, oh. Ach, tut gute Güte. Okay. Komm, schieß schnell. Weg, 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 weg. Also ja, die Ritter scheinen echt keine netten Gesellen zu sein. Deswegen hab ich auch nicht wirklich Skrupel, die anderen umgebracht zu haben. So. Einfach schnell raus hier. Raus, 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 raus. Und dann können wir eigentlich schon die beiden Sachen abgeben. Weil wirklich viel mehr auf dieser Insel haben wir nicht zu tun. Raus. Ja. Schein wenig Dunkel ist okay. Nein. Wir sind ausgerutscht. Nee. Okay. Es gibt hier so etwas ähnliches wie ein Tempel. Da können wir mal reingehen und hoffen, dass es nicht zu teuer ist. Benötigt ihr Heilung? 50. Ja, 50 ist echt nicht viel. Fähigkeiten lernen. Feilschen bei ihr. Also allgemein, wenn eine Klasse Feilschen lernen kann, dann sollte sie es auch lernen. Weil das zählt auch für Stufenaufstiege in der Trainingshalle und auch für andere Fähigkeiten lernen. Also für sie kostet das jetzt mal wegen 475. Für sie, die schon Feilschen hat, würde ein anderer Skill nur 450 kosten zum Beispiel. Und so läppert sich das auch ein bisschen zusammen, dass man Geld sparen kann. Ausweichen, Kampfkunst. Ja, das klingt ganz praktisch. Kampfkunst, ausweichen. Kaum noch Gold. Geht in Frieden. Oh, eine Sache fehlt noch. Musikinstrument. Und da ist es jetzt gut, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe. Ich wäre nicht darauf gekommen, wo man das Musikinstrument finden kann. Nämlich bei ihr. Alles klar? Hallo, mein Name ist Elissa. Ich bin die Bardin, die für die Unterhaltung auf Schätzwerginsel verantwortlich ist, solange der Wettbewerb läuft. Wir bräuchten Instrumente. Ich besitze einige Instrumente, habe aber nur meine Laute mitgebracht. Sie ist alt und nicht ganz so gut in Schuss wie manch andere. Aber ich wollte nicht, dass eins meiner guten Instrumente von Piraten gestohlen wird. Ja, also es sind wohl echt nur vagabunden Wegelager und sonst was, die hier hingekommen sind, um diese Schnitzeljagd zu machen. Laute? Ihr sagt, ihr braucht ein Instrument für die Wettbewerb? Ich schätze, ihr könntet mir meine Laute abkaufen, aber ich hänge sehr daran. Ich dachte, es ist eine ganz ramschige Laute, die du nur mitgenommen hast, weil die anderen nicht kaputt gehen sollen. 500 Goldstücke. Na gut, wir haben nicht wirklich eine Wahl. Nun, versprecht mir wenigstens, dass ihr gut auf sie achtgebt und sie nicht als Feuerholz verwendet. Für 500 Goldmünzen garantiert nicht. Anscheinend muss ich den Rest dieses Aufenthalts ohne Instrument auskommen. Vielleicht sollte ich Geschichten erzählen, statt zu singen. Zumindest bis wir wieder zu Hause sind. Ja, das ist eine gute Idee. Taverne. Kunstproviant kaufen. Noch einmal ausschlafen. Und jetzt sollten wir mal gucken, ob wir alles haben. Eine Bodenfliese. Ja. Ein Musikinstrument. Ja. Und einen wertvollen Hut. Ja. Oh. Das schaffe ich nicht. Mist. Ist kaputt. Bei ihr nichts. Also Musikinstrument haben wir, Bodenfliese haben wir und wir haben sogar zwei Hüte. Und noch eine extra Muschel, falls er sie haben möchte. Achso, und du kannst mal das hier anziehen. Okay. So. Dann sagen wir mal, lebt wohl zu dieser Insel. Und geben die letzten Sachen ab. Und dann kommen wir in das eigentliche Spiel, in die dann auch wesentlich offenere Welt. Klick. Seine Hoheit. Lord Markham, Herrscher der westlichen Lande. Wahre Abenteurer. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass jemand so schnell eine Fliese finden würdet. Aber das hier ist eindeutig eine Fliese aus dem Tempel. Mhm. Musikinstrument. Und wertvollen Hut. Tatsächlich, alle sechs Gegenstände, ihr habt den Webweb gewonnen. Ich schlage vor, ihr unterhaltet euch mit Lord Markham über die Details, wie ihr euer Lebensgut in Anspruch nehmen könnt. Meine Arbeit ist damit getan. Glückwunsch. Meinen Glückwunsch. Ihr seid die neuen Herren von Harmondale. Ist das nicht aufregend? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein gutes Gefühl es für mich ist, euch diesen Besitz zu übereignen. Das ist sehr suspekt. All die Ehre und Einträge und natürlich die Verantwortung, die Stadt Harmondale zu regieren, sind jetzt euer. Lord Markham zieht einen Vertrag hervor. Einfach hier unterschreiben und da nochmal und hier einfach nur schnell die Initialen. Toll. So, das war's. Ihr seid soweit. Und nochmals herzlichen Glückwunsch. Nun, das Schiff, das euch zu eurem Lebensgut bringt, liegt im Hafen. Mein Gefolge und ich werden ein anderes Schiff nehmen. Geht einfach an Bord, sobald ihr bereit seid. Sehr gut. Raus hier. Wir haben Erfahrungspunkte bekommen. Sogar genug zum Aufstufen. Sehr schön. Dann machen wir's doch gleich mal. Denn die richtige Welt gleich ist ein wenig schwieriger als das hier bisher. Also je nachdem, wo man hinläuft. So. 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 Und kein Gold mehr. Was steigern wir jetzt mal? Reparieren würde ich ganz gerne mit ihm steigern. Aber das haben wir noch nicht. Also nehme ich Streitkolben, wodurch wir besser angreifen können. Kampfkunst, wodurch wir besser angreifen können und später noch mehr Schaden machen. Was ja allerdings nicht lernen kann, was? Zur Hölle. Paladine sind echt komisch. Und ein Punkt noch in Shit. So, du musst unbedingt Erkennen steigern. Nochmal steigern. Und das war's schon. Du. Eine höhere Stufe in Alchemie wäre ganz schick. Damit wir Tränke brauen können für Gegengift und Krankheitsheilung. Aber ich denke, ich werde trotzdem erstmal Meditation nehmen. Damit sie mehr in Zauber sprechen kann. Sobald sie dann irgendwann mal ordentlich in Zauber kann. Das kann sie momentan ja noch nicht. Und du Feilschen hast du schon recht hoch. Dann nimm doch mal Körpermagie, damit du mehr heilen kannst. So. Nun, und jetzt sagt er, wir sollen zum Schiff gehen. Haben wir noch was zum Verkaufen? Ja, ganz viele Waffen. Und Schnickschnack. Das können wir noch kurz machen. Einmal hier rein. Verkaufen. Zing, 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 zing. Raus. Und oben war noch ein Laden für Magiebedarf. Da können wir die Sache auch noch kurz loswerden. Damit wir unserem neuen Anwesen uns gleich voll widmen können. Und nicht erst irgendwelche Händler suchen oder so. Hier. Kann ich euch helfen? Zing, 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 zing. Die beiden Sachen würde ich kaufen. Brauchen wir aber eigentlich nicht mehr wirklich. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Weil die waren nur für die Aufgabe da hinten. Oh ja, da ist unser Schiff. Auf zur neuen Heimat. Ich überlege nun gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe auf der Insel. Also ja, es gibt ein Special. Gimmick. Aber das gehört nicht wirklich zum Spiel. Es ist nur so ein Easter Egg. So. Ahoy. Willkommen an Bord. Es ist ja schon fast Hamburgerisch gewesen. Ahoy Matrosen. Ich bin William Darwis. Käpt'n dieses Schmuckenschiffs. Leine los. Äh, nee, noch nicht ganz. Wir machen noch einen kleinen Cut. Sehen uns dann gleich wieder. Und dann segeln wir auch rüber zum Festland. Also, bis gleich. Begutes. Untertitelung.